In dem folgenden Video geht es also um eine Abschlussprüfung und zwar die 2019er Abschlussprüfung. Das ist die erste nach dem Lehrplan Plus, also das heißt nach der großen Lehrplanumstellung. Wir sind im Teilbereich 2 in der Aufgabe 1 und wir werden in dem Video jetzt die Aufgabe 1.1 besprechen. Und in dem zweiten Video folgt ich dann die 1.2. Der Teilbereich 2 ist Voll- und Teilkostenrechnung, in diesem Fall also der Bereich der Vollkostenrechnung. Aber wie gesagt, in dem römisch 2er Bereich der Abschlussprüfung gibt es auch die Teilkostenrechnung. Dazu machen wir natürlich auch noch Prüfungen. Und ich habe Ihnen jetzt im rechten Bereich die Angabe und im linken Bereich schon mal eine vorausgefüllte schematische Darstellung gezeigt. Gucken wir uns an, um was es geht. Also im Werk 1 werden die beiden Wasserkocher, Aqua und Caldo, gefertigt. Und das Ungewöhnliche vielleicht hier ist, dass es wirklich um zwei Produkte geht. Meistens haben wir nur ein Produkt, das wir bearbeiten. Aus der Vorkalkulation für Mai liegen folgende Informationen vor. Und jetzt sehen Sie Vorkalkulation und dann wissen Sie, das ist die Planung, das sind also die Normalkosten. Zuschlagsätze für beide Wasserkocher. Das heißt, was Sie jetzt hier in diesem Bereich sehen, gilt für beide Wasserkocher, für Aqua und Caldo gleichermaßen. Und dann bekommen Sie jetzt hier noch mal die Daten für Aqua und hier die Daten für Caldo. Das ist dann noch mal aufgeschlüsselt gewesen. Und hier unten ist dann der Arbeitsauftrag für 1.1. Die Lupus AG benötigt zur Erstellung eines Angebots den vorläufigen Verkaufspreis pro Stück für Aqua. Also für Aqua den vorläufigen Verkaufspreis und für Caldo brauchen Sie den Angebotspreis. Der vorläufige Verkaufspreis, den Sie für Aqua benötigen, das ist hier dieser Wert. Bei mir heißt das vorläufiger Angebotspreis. Das finden Sie unter beiden Bezeichnungen, vorläufiger Angebotspreis oder vorläufiger Verkaufspreis. Also bei Aqua müssen wir bis zu diesem Punkt rechnen und bei Caldo müssen wir weitergehen. Da müssen wir den Angebotspreis ermitteln. Das ist dann wirklich der Wert hier unten. Aber wir sind jetzt hier, wie Sie sehen, bei Aqua. Und was ich gemacht habe und was auch Fett hier markiert ist, sind die Werte, die schon gegeben sind. Das mache ich immer so. Das kann ich Ihnen auch empfehlen. Schreiben Sie bei diesen Aufgabentypen erst mal das Schema hin, das Sie brauchen. Und tragen Sie alle Werte ein, alle, die Sie schon gegeben haben. Und dann gucken Sie, wie Sie von einem Wert auf den nächsten kommen. Das klappt wunderbar. Das sehen Sie jetzt auch gleich. Also ich zeige es Ihnen mal. 1,60 Euro Fertigungsmaterial. Sehen Sie hier unten. Fertigungslöhne sind 2,70 Euro. Das ist eingetragen. Wir haben die Materialgemeinkostenzuschlagsätze von 25 Prozent. Das ist auch eingetragen und so weiter. Also alle Werte, die Sie hier im Angabenbereich finden, finden Sie jetzt hier eingetragen im Schema. Und das ist Fett markiert, damit Sie immer sehen, was Fett markiert ist. Das war gegeben. Und jetzt müssen wir eben sehen, wie wir von oben nach unten kommen. Und den ersten Schritt, ich glaube, der fällt sofort auf. Der ist ganz einfach. Wir wissen, die Materialgemeinkosten, den Zuschlagsatz kennen wir von 25 Prozent. Wir wissen, dass das Fertigungsmaterial 1,60 Euro sind. Also können wir das einfach durchsummieren. 25 Prozent von 1,60 Euro sind 40 Cent. Dann kommen wir auf Materialkosten von 2 Euro. Also ich glaube, dieser Schritt, der war ganz simpel. Und das geht eigentlich auch so leicht weiter. Wir haben die Fertigungslöhne in Höhe von 2,70 Euro. Und wir wissen, dass 120 Prozent die Restfertigungsgemeinkosten sind. Und die sind ja ein prozentualer Zuschlag auf die Fertigungslöhne. Die Fertigungslöhne sind also 100 Prozent. 120 Prozent sind die Restfertigungsgemeinkosten. Sind also 3,24 Euro. Nicht ganz so einfach ist es bei den Maschinenkosten. Die sind nie ein prozentualer Zuschlag der Fertigungslöhne. Ich sage das in jedem Video, das diesen Themenbereich hier behandelt. Marco, Maschinenkosten sind nie ein Prozentsatz. Sondern die werden immer über den Maschinenstundensatz gerechnet. Und die Angaben dazu finden Sie hier in dem Bereich. Sie wissen also, dass die Maschine 120 Euro Kosten pro Stunde verursacht. Und Sie wissen, dass Aqua, der Wasserkocher Aqua, um den geht es ja gerade, zwei Minuten auf dieser Maschine braucht. Eine Stunde, 60 Minuten verursachen also Kosten von 120 Euro. Und zwei Minuten braucht so ein Wasserkocher auf der Maschine. Und das müssen Sie jetzt eben umrechnen, um auf die Maschinenkosten zu kommen. Also 120 Euro sind es in der Stunde. Wenn wir das jetzt durch 60 teilen, dann kennen wir ja den Kostensatz pro Minute. Das wären also zwei Euro pro Minute. Zwei Minuten braucht dieser Wasserkocher Aqua auf der Maschine. Dann verursacht er doch Maschinenkosten von vier Euro. Sie sehen, die fettgedruckten Werte sind wieder die Werte, die Sie in der Angabe hatten. Die also gegeben waren. Und dann können wir hier die Maschinenkosten von vier Euro eintragen. Und dann haben wir ja alle Werte, die wir brauchen, um bis ganz runter zu den Herstellkosten zu rechnen. Nämlich Fertigungslöhne plus Maschinenkosten plus Restfertigung plus Sondereinzelkosten der Fertigung sind die Fertigungskosten von zehn Euro. Und die Fertigungskosten plus, also aufaddiert mit den Maschinen, mit den Materialkosten, Entschuldigung, sind dann eben die Herstellkosten von zwölf Euro. Und das ist jetzt hier auch schon eingetragen. Jetzt geht es auch wieder gut weiter, denn wir haben die Prozentsätze von Verwaltung und Vertriebsgemeinkosten. Wir kennen die Sondereinzelkosten des Vertriebs. Die waren auch gegeben. Jetzt müssen wir also nur die vier und die sechs Prozent hier auf die zwölf Euro aufschlagen. Das sind 48 Cent und 72 Cent plus die 30 Cent Sondereinzelkosten des Vertriebs. Kommen wir auf Selbstkosten in Höhe von 13,50 Euro. Jetzt haben wir den Gewinn gegeben von 20 Prozent und dann ist immer die Frage, was ist denn die Zuschlagsbasis des Gewinns? Das ist ja hier in diesem Schema gar nicht so einfach. Wir werden das dann bei Caldo sehen, also bei dem nächsten Wasserkocher, den wir jetzt gleich bearbeiten. In diesem Fall sind die Selbstkosten die 100 Prozent, also die Zuschlagsbasis. Dann müssen wir also die 20 Prozent von den 13,50 Euro nehmen. Das sind 2,70 Euro. Und dann kommen wir auf einen vorläufigen Angebotspreis von 16,20 Euro. Und wenn Sie in die Aufgabenstellung 1.1 sehen, dann brauchen wir ja bei Aqua eben nur den vorläufigen Verkaufspreis. Das heißt, wir haben jetzt hier die Aufgabenstellung für Aqua zumindest schon erfüllt. Bei Caldo müssen wir bis zum Angebotspreis runter. Und dann gucken wir uns an, was jetzt hier bei Caldo, ich habe das gleiche Schema, denn gegeben war. Die 18,60 Euro, vorläufiger Angebotspreis, sind ja schon gegeben. Sie sehen das hier, betitelt als vorläufiger Verkaufspreis. Aber wie gesagt, das ist ein Synonym, das ist also identisch. Die 18,60 Euro habe ich also eingetragen. Und eben auch alle Prozentsätze, die da gegeben waren. Das ist einmal die Vertreterprovision von 5 Prozent. Sie sehen das hier, das ist angegeben. Skonto 2 Prozent, haben wir ebenfalls. Und wir haben den Rabatt von 20 Prozent, ist auch angegeben. Und Sie sehen, das steht ja in dem Bereich, der für beide Wasserkocher gilt, also auch für Caldo. Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum haben wir denn bei Aqua nicht weitergerechnet. Das haben wir nur deshalb nicht gemacht, weil wir es eben nicht mussten. Bei Caldo müssen wir es aber. Wir müssen von dem vorläufigen Angebotspreis oder dem vorläufigen Verkaufspreis, wie er auch heißt, runter zum Angebotspreis. Und jetzt muss man hier eben wissen, wie die Zuschlagsätze sind, wie wir gerade schon angesprochen haben. Und das ist in diesem Fall ein bisschen komplizierter. Denn sowohl bei der Vertreterprovision als auch beim Skonto ist die Zuschlagsbasis nämlich 100 Prozent der Zielverkaufspreis. Und wenn wir wissen, dass das 100 Prozent sind, dann können wir doch schlussfolgern oder rechnen, dass der Barverkaufspreis im Vergleich zum Zielverkaufspreis, wenn das hier 2 Prozent sind, 98 Prozent sind, nämlich die 2 Prozent abgezogen. Die wurden ja vorher aufgeschlagen. Und wenn das hier 98 Prozent sind und die Vertreterprovisionen nochmal 5 Prozent eben betragen und die auch vom Zielverkaufspreis berechnet werden, dann sind das doch 93 Prozent. Und wenn wir das wissen, dass das 93 Prozent sind, ich habe das jetzt mal eingefügt, also 18,60 Euro sind 93 Prozent, dann können wir doch hochrechnen auf die 100 Prozent. Nämlich indem wir 18,60 Euro geteilt durch 93 mal 100 rechnen. Und so machen wir diesen großen Sprung vom vorläufigen Angebotspreis runter zum Zielverkaufspreis. Das sind nämlich dann 20 Euro. Die Zwischenwerte müssen wir eigentlich gar nicht berechnen, denn sie sind nicht gefragt. Das Einzige, was gefragt ist, ist der Weg jetzt hier runter zum Angebotspreis. Und da ändern sich eben die Zuschlagsbasen. Der Zielverkaufspreis ist da nicht mehr 100 Prozent, denn wenn es um diese Rabattberechnung geht, ist der Angebotspreis die Basis. Bitte denken Sie dran, zu diesen ganzen Erklärungen hier, was die Kostenträgerstückrechnungen betrifft, gibt es eigene Videoreihen, wo diese Prozentsätze nochmal erläutert werden. Das müssten Sie sich nochmal anschauen. Im Idealfall kann ich das nochmal verlinken. Und deswegen müssen wir jetzt diese Zuschlagsbasen verändern. 100 Prozent ist es eben jetzt. 20 Prozent sind der Rabatt. Dann ist doch der Zielverkaufspreis im Vergleich zum Angebotspreis 80 Prozent. Und dann können wir eben 20 geteilt durch 80 mal 100 rechnen und kommen dann hier unten auf den Angebotspreis von 25 Euro. Und damit haben wir die ganze Aufgabe 1.1 erfüllt. Sie sehen, es gibt fünf Bewertungseinheiten auf die Aufgabe. Sie sollten wissen, dass Sie pro Bewertungseinheit 1,8 Minuten Zeit haben. Sie hätten also für diese Aufgabe jetzt 9 Minuten Zeit. Und das sollten Sie immer im Auge behalten, dass Sie da zeitlich nicht zu sehr ins Hintertreffen geraten. Also gucken Sie sich immer die Bewertungseinheiten an. Berechnen Sie kurz im Kopf, wie viel Zeit Sie ungefähr haben. Und dann versuchen Sie diese Zeit einigermaßen einzuhalten. Das muss ja nicht minutengenau sein. Ich habe Ihnen in der nächsten Folie nochmal eine potenzielle Bepunktung hier dieser Aufgabe eingefügt. Und das ist natürlich wirklich nur eine wirklich mögliche Bepunktung. Es muss nicht sein, dass das in Ihrer Schule genauso bepunktet worden ist, denn die Fachschaften legen diese Einzelpunktevergabe fest. Das wird in den meisten Fällen sehr ähnlich sein. Eine für mich schülerfreundliche Bepunktung wäre hier eine Bewertungseinheit auf die Maschinenkosten, eine auf die Berechnung der Herstellkosten, eine auf die Selbstkosten und dann natürlich den vorläufigen Angebotspreis oder vorläufiger Verkaufspreis. Den müssen Sie natürlich auch bepunkten, der war ja gefragt. Und dann hätte man nur noch eine Bewertungseinheit für diesen vielleicht schwierigeren Teil übrig hier bei Caldo. Da müsste natürlich sowieso eine auf den Angebotspreis gegeben werden. Das ist nicht fixiert. Das ist eine mögliche Punktevergabe hier für diese Aufgabe.